So, ein Geschenk hier für unseren Möchtigern-Elf. Ein Medaillon. Eine alte Gemme, die eine wunderschöne Frau mit Juwelen im Haar darstellt. Sie ist vorne in ein filigran gearbeitetes Medaillon eingesetzt. Aha. Magierauge ist ein Dingens. Hier ist ein Bogen. Ist interessant. Okay. Ach, da haben wir auch einen Ladenbesitzer. Ist ja nett. Kommt nicht aus Haven. Ich bin der Dieb, der dich gerade bestohlen hat. Ähm, warum sagt mir das jeder, als ob ich das nicht selber wüsste? Wir haben hier nur wenige Besucher. Mhm. Könnt ihr mir etwas über Haven erzählen? Wie beschreibt ihr einen Ort, den ihr nur als Heimat kennt? Hm. Bestimmt. Äh, habt ihr einen Mann namens Bruder Genetivi gesehen? Nein, den Namen habe ich nie gehört. Hm. Ist das der Laden, den ich mit der Handel? Viel habe ich nicht. Ihr könnt es euch ja mal ansehen. Hm. Schauen wir es mal an. Sieht aus wie Zeug. Ja, hat er auch wirklich nicht viel. Hier diese Bänderrüstung, die kannst du mal haben. Nehmt euch auch. Meteoritenschwert. Könnt' ich vielleicht jemand anderem von uns geben? Hm. Das Schild kannst du haben. Das Ding. Neh ich mir mal erstmal drauf. Das Ding kannst du haben. Waffen. Haben wir hier unten so einen Bogen, der kann weg. Jetzt, wo wir halt den haben. Und vielleicht mal den irgendwann hier irgendwem geben. Irgendwann. Ja. Ich glaube nicht mehr, dass es dazu großartig kommen wird. Aber hey. Was macht ihr da? Das ist privat. Schau nur mal rein. Nein. Doch. Ich muss leider darauf bestehen. Nein. Dazu habt ihr nicht das Recht. Was wollt ihr dagegen tun? Ernsthaft? Hm. Wahrscheinlich einfach nur ganz normalen Ladenbesitz tun. Hier. Und er ist jetzt zu Unrecht verstorben. Lederhandschuhe. Aha. 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 Die haben Dreck am Stecken. Ein Leichnam. Die Rüstung und Kleidung dieses verstummten Mannes. Lassen darauf schließen. Dass. Er aus Radcliffe stammt. Er war einer von all Eamans Rittern. Aha. Aha. Und warum haben sie ihn hier umgebracht? Warum hab ich den hier umgebracht? Na gut. Er hat sich. Er wollte ja nicht, dass ich da irgendwie mal untersuche. Fultistenplünderer. Bitte was? Kultisten? Was denn für Kultisten? Wollen die hier Blutrituale oder was? Nein, weiß ich nicht. Okay. So, was haben wir uns ja dabei? Bisschen Geld hier. Bisschen Geld da. Trittatrullala. Trittatrullala. So. Hm. Wo ist es da hin? Zur Weltkarte. Na gut, da wollte ich jetzt nicht wieder hin. Nee, nicht wirklich. Wir gehen mal in die andere Richtung. Da hab ich nämlich gesehen, es gibt da irgendwie Feinde. Hier, da ist so ein roter Pfeil. Ein Kultist. Das sind alles Kultisten, die hier wohnen, ja? Auch das kleine Kind oder was? Hm. Deswegen auch diese bedrohlichen Dinger hier. Kultisten. Überall. Deine Wächter sind schlange aus. Achso, okay. Na, mach du mal. Ich bin betäubt. Natürlich bin ich betäubt. Was soll hier sonst sein? So. Zack. Und. Womst die Womst. Das hab ich gesehen, da war auch noch eine Pflanze. Eine Pflanze. Immer schön her damit. Man weiß ja nie. Lyriumtränke hier. Lyriumtränke da. Alles fein. Alles toll. Alles mein. Umso besser. So. Was haben wir hier? Eine Elfenwurzel. Aha. Jetzt hier in diese Möchtegern-Kathedrale rein. Kirche von Hafen. Sind wir über allemaßen gesegnet. Wir wurden von der Heiligen und Geliebten selbst als Wächter auserwählt. Uns allein ist diese heilige Pflicht auferlegt. Prolocket meine Brüder und öffnet eure Herzen für sie. Hebt eure Stimmen und verzweifelt nicht. Denn sie wird ihre treuen Diener zu sich nehmen. Wenn. Tag. Ich bin neu hier. Ja. Willkommen. Ich habe schon gehört, dass wir einen Gast im Dorf haben. Habt ihr euren Aufenthalt in Haven bisher genossen? Ja. Es reicht. Es ist längst zu spät, um vorzugeben, dass es ein normales Dorf ist. Ihr habt die Ritter aus Radcliffe getötet. Ich sah ihre Leichen. Das, meine Brüder, passiert, wenn man fremden Zutritt zum Dorf gewährt. Wir haben keinen Respekt vor unserer Privatsphäre. Wenn wir nichts tun, wird der anderen von uns erzählen. Und was dann? Ihr versteht unsere Lebensweise nicht, Fremder. Und genau das könnte Haven den Krieg bringen. Ich kann dieses Dorf auch einfach so ausrotten. Was ist mit Brüder Genetivi? Wir schulden euch keine Erklärung für das, was wir tun. Wir erfüllen eine heilige Pflicht. Sie nicht zu beschützen, wäre die größte Sünde. Uns wird alles vergeben werden. Naja. Vater Eirik. Wir gehen da hin. Ja, das war's mit deiner komischen Religion. Kultist. Immer wieder lustiges Völkchen. So, der hat dabei Kultist-Medaillon. Eine sehr große, runde Bronzescheibe mit dem Symbol von Andraste. Aha. Und eine Verletzung, das ist okay. Na dann. War's wohl mit dem Kult, hä? Oder aber es geht noch viel weiter. Ich weiß es nicht. Eine Ziegelwand. Kann ich gleich öffnen. Machen wir mal. Da, 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 da. Bruder Genetivi. Ich bin der, der euch sucht. Ich bin Mammut. Ich will euch helfen. Holgen, könnt ihr irgendwas tun? Ich muss die Asche finden. Aal ihm im Zustand verschlechtert sich täglich. Der Aal ist krank? Wird er es überleben? Der Aal wurde auf Logens Befehl vergiftet. Politik. Da hat noch niemandem was gebracht. Der Aal hat eine edle Seele. Aber die Asche, die Asche heilt ihn mit Sicherheit. Höven liegt im Schatten des Berges, der die Urne enthält. Es gibt dort einen alten Tempel, der zu ihrem Schutz errichtet wurde. Die Tür ist immer verschlossen. Aber ich kenne den Schlüssel. Eirik trägt ein Medaillon, das die Tempeltür öffnet. Ich habe gesehen, was er damit alles macht. Dieses Medaillon? Ja. Das ist euer Schlüssel. Bringt mich zum Werk. Dann zeige ich es euch. Erst muss der Fuß ab. Würde ich mir zunächst einige Fragen beantworten? Na gut. Was schwebt euch vor? Nichts wichtiges, Bruder. Wisst ihr von den Rittern, die ausgesandt wurden, um euch zu suchen? Ja, natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Eirik sagte, er habe sie überfallen. Einige getötet. Andere zum Verhör hierher nach Haven gebracht. Er war so selbstgerecht. So arrogant. Er schien ihn zu freuen, dass er diese Männer gefoltert und getötet hatte. Isolda hat die Ritter nach euch ausgesandt, als er Aal krank war. Verstehe. Sie muss verzweifelt gewesen sein. Sie konnte ja nicht wissen, dass sie sie in den Tod schickt. Ach, lasst uns doch über etwas anderes reden. Ja? Haven schon seltsam, oder? Nun, auch ich hatte eigentlich etwas anderes erwartet. Wie kamt ihr denn da hierher? Ich suchte nach Antworten und dachte, im Dorf wisse vielleicht jemand etwas über die Urne. Und das stimmte auch. Sie wollen dieses Wissen nur nicht mit Außenseitern teilen. Als ich die Urne erwähnte, versicherte mir Eirik, er werde mich am nächsten Morgen zum Tempel führen. Er sagte, ein Zimmer sei für mich vorbereitet worden. Mir war nicht klar, dass es sich um diesen schmucken Ort handeln würde. Mhm. Frage ist nur, warum haben sie ihn hier festgehalten so lange? Ähm, was wüsst ihr über Haven und seine Einwohner? Sie nennen sich selbst Jünger von Andraste und sind ihr völlig ergeben. Es grenzt bereits an Fanatismus. Sie müssen hier sein, um die Urne zu beschützen. Aber sie sprechen von Andraste, als wäre sie noch am Leben. Mhm. Wäre das möglich? Ich bin alt genug, um zu wissen, dass alles möglich ist. Wolltet ihr noch etwas anderes besprechen? Warum hat Haven verehrte Fährte? Ich weiß nicht. Bei der Gründung der Kirche wurde festgelegt, dass nur Frauen zum Priester geweiht würden. Möglicherweise sind die Dorfbewohner, also die Jünger von Andraste, älter als die Kirche und halten sich deshalb nicht an ihre Regeln. Mhm. Die Asche wird Al-Immen doch heilen, oder? Hoffentlich kann die Asche das. Ihre Wunderheilkräfte sind legendär. Es gibt Geschichten von geheilten Pilgern, Blinden, die wieder sehen, und Lahmen, die wieder tanzen konnten. Vielleicht wirkt Andraste diese Wunder. Aber es könnte auch nur der Glaube sein, wer an die Zauberkräfte der Asche glaubt, für den werden sie auch wirksam. Hm. Das könnte möglich sein. Aber darüber können wir reden, wenn wir die Asche haben und es dem Arm besser geht. Gut, dann wollen wir los, ne? Ich hab's doch! Habt ihr von diesem Medellon gesprochen? Ja, das ist euer Schlüssel. Bringt mich zum Werk, dann zeige ich es euch. Ja, in Ordnung. Brechen wir auf. Gut. Helft mir auf. Ich versuche, uns nicht zu sehr zu behindern. Der Fuß muss ab. Hm. Das soll so dann damit gehen können, mit so'n gefühlslosen Fuß. Weiß nicht, kann ich mir schwer vorstellen. Also, wenn dann humpelnd. Hm. Wir sind da, wenn auch. Ich wollte mich eigentlich noch umsehen, aber okay. Gebt mir das Medallon. Mal sehen, ob ich alles behalten habe. Ja, dann mal los. Seht ihr? Man kann Teile bewegen. Und zwar so. Und erhält einen Schlüssel, der den Weg öffnet. Und jetzt? Nun? Wo gehört er hin? Wow. Was würde ich darum geben, diese Halle in all ihrer Pracht zu sehen? So, wie es gedacht war. Doch wenn man Eis und Schnee entfernt, ist es immer noch schön. Ja, ja, los. Weiter. Ähm. Wir müssen unwachsam sein. Tut mir leid. Äh, was? Ich war abgelenkt. Verzeihung. Diese Schnitzereien entstanden gleich nach Andrastes Tod. Und könnten Dinge über ihr Leben enthüllen, die wir noch nicht haben. Ich brauche mehr Zeit, um diese Statuen und Schnitzereien zu studieren. Wir sind wegen der Urne hier. Ihr wollt hierbleiben? Ist es sicher? Ja, mit meinen Verletzungen kann ich ohnehin nicht Schritt halten. Es ist bestimmt sicher. Dorfbewohner dürfte es hier nicht geben. Geht nur. Ich komme zurecht. Es war wohl mein Schicksal, euch zur Urne zu führen. Ich muss doch nochmal zur Kirche zurück. Da gibt es bestimmt in den anderen Raum auch noch irgendwie Loot. Ähm. Muss ich dann noch was über diesen Tempel wissen. Er sollte die Urne vor allen schützen, die sie stehlen oder zerstören wollten. Namentlich dem Reich von Tewinter. Okay. Ich will die Urne doch gar nicht schaden. Das wäre auch fatal. Denn laut Legende würdet ihr die Urne mit Bosheit im Herzen ohnehin niemals erreichen. Gut, dann erreiche ich es nicht. Nur der Fromme darf die heilige Asche schauen. Den Ungläubigen erwarten Tod und Ungemach. Der Blick des Erbauers fällt auf Andrastes letzte Ruhestätte. Er weint um seine Geliebte. Und sein Zorn auf ihre Peiniger bleibt bestehen. Der Erbauer, er ist hier. So lautet die Legende. Hm. Doch lest zwischen den Zeilen. Dann erkennt ihr, dass hier nur eine einfache Wahrheit bildhaft und etwas übertrieben vermittelt wird. Niemand will sowas hören wie Willi perfektionierte nach vielen mühseligen Jahren die erstaunlichen Mechanismen, die dem unachtsamen Eindringen spitze Nägel in den allerwertesten jagen. Warum nicht? Also fallen. Hm. Absolut. Nee, ich habe nichts zum Schreiben. Kann ich dir was geben zum Schreiben? Hm. Nein, der Tempel ist riesig. Achso. Hm. Unwahrscheinlich. Ich gehe da mal, ne? So. Ja. Möglich.